Was geht ab, ihr Zocker? Und Outlaws & Legends hat ein Update bekommen. Ja, und ich dachte mir, komm, wir zocken das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt eine Standard-Sensibilität von 5 und nicht mehr mit so dummen Nummern einfach. Können auch einen richtigen Regler reinschieben. Machen wir direkt mal 10 rein, wollen wir mal gucken, wie schnell das so ist, hier bei allem. Oh, okay, da wird einem schlecht. Wir lassen es jetzt, glaube ich, mal auf 5 einhöhe als Standard. So zocken wir jetzt und dann gucken wir mal. Okay, ja, das ist ja mal wieder ein richtig geiles Team. Ich wette, der Marion-Spieler wechselt jetzt nicht, ne? Na, klasse. Lasst mich doch nicht von euch aufzwingen, wie ich hier spielen will. Ich will meine Sense ja testen. Wollen wir mal gucken. Okay, das spielt sich auf jeden Fall nicht klobiger, muss ich sagen. So. Einer weg. Gibt nicht so schön, wie ich das gerne hätte, ne? Kriege ich meine Pfeile wieder? Danke. Willst du mich verscheißern? So, hab ich ihn. Hab ich nicht eigentlich Weitschuss drin? So, dann gehen wir jetzt erstmal zu unseren Talenten. Ich spiele alleine, dann nehmen wir die Kalle-Blase mal mit. Ab wann zählt das denn jetzt als Weitschuss? Ach, haben die das jetzt gepatcht oder was? Ich muss zugeben, ich bin ja auch nicht gerade der beste Bogenschütze. Oh, perfekt. Ausrüstung, die nehmen wir mal mit hier. Pfeile. Nehmen wir doch nicht weg! Oh no! Na, klasse. Jetzt bin ich hier eingesperrt. Super gemacht. Ja, aber ich muss sagen, das mit dem Update, also das Aimen fühlt sich auf jeden Fall smoother an. Das muss man zugeben. Oh, hier ist mein einsamtes Opfer. Komm, komm, komm. Dann meuchle ich euch eben so ab. Gäbe ich auch mit Assassin's Creed gut aus. Gut, das weh. Und dann müssen wir jetzt mal rüber. Ach, halt die Kla... Ach, scheiße. Den hab ich gar nicht bemerkt. Was war das denn? Scheiße. Okay, zugegeben. Das war nicht schlecht. Haben ihn erwischt. Ja, man merkt, man braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Haben ihn angehltet? Wieder zu. Ey, was ist das denn? Hallo? Danke. Weggetreten hier. Au. Oh nein, der hat den Nahkämpfer Robin Hood. Das gibt's nicht. Wie lebe ich verloren habe. Hm, aber man merkt, ich könnte, glaube ich, die Sensi noch mal ein bisschen höher machen. So, X-Achse. Machen wir noch mal auf 6. Oh. Das ist jetzt auf jeden Fall besser. Was meinst du denn? Oh Gott. Also, man merkt, dass Eamon ist jetzt smoother auf jeden Fall. Und das gefällt mir eigentlich jetzt richtig gut, muss ich sagen. Alter, es ist viel geiler. Also, ich merke, Schützencharaktere sind auf jeden Fall jetzt was stärker. So, wollen wir mal ein bisschen assistieren. Brauchen wir nicht. Wogenschlag. Wenn wir den Stein weiterlegen. Dann tue ich auch. Ja, such mal schön deinen Busch da ab, Freundchen. Such mal schön deinen Busch da ab. Lass die ruhig alleine da hingehen. Ich gehe C holen am besten. Oder ich gehe nicht C holen. Doch, ich gehe doch C holen. Ja, was nun jetzt? Och, Junge, die sind alle hier. Real Talk, Alter. Das ist doch nicht wahr. Alter, das gibt es nicht. Ulti verschwendet. Nein! So, hinterheraim. Angehittet. Kommen jetzt auf jeden Fall smoother hinterher. Hab ihn. Tschüss. So, holen wir uns jetzt einen schönen Aiming-Point. Also, ich muss sagen, bis jetzt. So, das Sensitivitäts-Update. Das hat auf jeden Fall gefehlt. Für die Schützen ist das auf jeden Fall was Schönes. Das Problem ist jetzt, wir haben keinen zum Winden, ne? Und ich hab ihn. Ich helfe dir, John. Einer muss dir ja helfen, ne? Was meinst du eigentlich, dass ich dich nicht sehe? Blende Granate. Die ist für Blende, Johnny. Schnapp sie dir. Oh. Gut gemacht. Ah, okay. Ich kann zwar nachschuten. Das geht schon. Oh, nein! Nein! Tuck von hinten! Fuck. Scheiße. Unser ganzes Team ist tot, Junge. Du musst doch nachsetzen. Bruder. Jetzt bist du alleine. Ach, komm. Verloren. Scheiße. Scheiße. Naja gut, das Team war eh scheiße. Wenn du aber denkst, die hatten ein volles Team, unbegrenzt mit Dingens. Aber. Guck in Ops. Ein paar Partner, die bringen aus, Tio. Das ist unermale, die Merde. Weißt du, der regt sich jetzt auf. Irgendwann später. Ah, so. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall. Mann, das ist doch ein Team, was wirklich gewinnen kann. Alle vier Charaktere unterschiedlich. So, da müssen wir mal gucken. Jetzt noch im Nahkampf, ne? Ja, zieh ihm die Beine weg. Dann nehm ich die Linke. Gute Arbeit, Junge. Ui. Matuk, bist du ein bisschen aggressiv, he? Ja, ich komm mit. Oh. Alter, aber das fühlt sich jetzt auch smoother im Nahkampf an. Und diese Hitbox, die hat sich am Anfang so klobisch angefühlt. Jetzt ist die schon mal was besser. Bleiben wir mal ein bisschen im Busch. Hallo, was ist das im Busch? Alter, der Wogenschlag ist okay. Gut so, Varian. Also man merkt auf jeden Fall, dass so der Nahkampf auch sich jetzt viel besser anfühlt. Alter, das Spiel hat schon mal eine bessere Mechanik. Es passt jetzt. Bruder, ich mach hier auf. Warte doch noch ein bisschen. Warum habt ihr alle so... Keine Ahnung. Heutzutage hat wohl jeder keine Zeit mehr, ne? Komm, Varian. So. Haben wir rübergeschlappt. Und jetzt Wogenschlag. Oh. Ist der übel. Ist der übel. Und jetzt Wogenschlag. Okay. Aber das ist schon übel, der Wogenschlag. Alter, ich hasse es eigentlich, so was OPs zu spielen. Ich wollte eigentlich ein Wogenschlag-Video machen. Fällt mir gerade so auf. Und ich mache einfach ein Update-Video. War gewusst und der Sheriff, ne? Haben wir den jetzt verpasst, oder was? Kann ich weg sein? Sag nicht, ich stelle es bei C unten, Alter. Das gibt es nicht. Oh, verdammt. War ja klar. Aha, die wollen nach B. Hast du mich jetzt nicht gesehen, Bruder? Was ist los mit dir? Kauf dir mal ne Brille. Oh. So, dann werden wir uns jetzt hier verstecken in der Ecke. Ach so, der hat Follower. Ach, ich wünsche euch jetzt auch mal ein paar Follower mehr. Ach, da ist die Schatzkammer. Okay. Bedenkstorf, Junge. Oh, einen habe ich sogar erwischt. Wie geil. Wogenschlag. Okay, also die Headbox ist ein bisschen anders. Au. Oh, was ist das denn jetzt? Unterstützung? Nein, nein, nein. Ich habe das gesterniert. Scheiße, das war Tuck. Okay, den habe ich zurechtkassiert. Alter, die denken ja mit. So, wir haben Feldkontrolle. Also, ich muss gucken. Oder rein. Oh. Oh, ich bin jetzt wütend. Ui, da hat der Kopf wohl geplatzt, hä? So. Die Frage ist, wo setzen wir, ne? Robin? Ey, gib mir die. Bruder, gib mir die. Ich will die haben. Ja, also, geht doch. Die Frage ist, wo wollen wir die denn setzen? Ins Dorf willst du, hä? Na dann. Ja, das war ein Fehler, Junge. Ja, komm, Buddy. Stopp in dir. Fast, Jungs. Oh, Mystic, Alter. Ist das dein scheiß Ernst? Hier. Oh, tschüss, Bruder. Bin ich wütend. Smash. Tuck, das wäre cool, wenn du eine Heilung hättest. Du siehst ja mich selber nicht ganz gesund aus, würde ich mal behaupten. Na gut, wenn du das sagst. Engage doch nicht auf der Brücke. Nein, mache ich nicht. Das wäre dämlich. Okay, der gute ist Silber. Aber ich... Oh, doch geheilt. Top Job, Junge. Du bist mein Mann, Tuck. So, Robin, gibst du mir Deckung? Wollte ich auf jeden Fall gebrauchen. Okay, der ist hinten. Kann er ja gern bleiben. Ich habe nur die Karte aufgemacht und habe Headshot kassiert. Was macht der denn da? Ey, was ist das denn? Ja, gar danke. Sheriff, geben wir mal ein bisschen Schutz und Hilfe. Die sind doch noch zu zweit, hä? Tschüss, Jungs. Doppelsprengung. Eure bösen Machenschaften werden da verhindert. Die sind zu zweit auf dem Spot, ne? Das ist ja schon ekelhaft. Einen Punkt haben wir gleich. Komm, komm, komm. So, ich glaube mal, hier ist ganz gut, eine kleine Sprengung zu machen. Tschüss, Marianne. Oder auch nicht. Oh, fuck. Nicht gut. Au. Ah, je näher wer dran sind, desto eher trifft er uns nicht. Wurkenschlag. Okay, der hat den Mystic. Das ist schon mal ganz gut. Alter, ich habe nur Pfeile in meinem Körper. Was ist das? Hier, Sheriff. Mach es mal higher. Was machst du denn da, hä? Hat der mich gesehen? Was? Hat dir das wehgetan? Wichtiger wäre jetzt erst mal C einzunehmen. Lass dir den Punkt haben. You win. Oh, 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 Junge. Du musst auch schon zielen. Also, wenn ich nah genug dran bin, dann ist das schlecht. Okay, schnapp ihn dir. Komm, Sheriff. Was ist denn? Oh, oh. Ah, hat es nicht getan? Ich hoffe doch. Ah, oh, oh. Nein, ich werde assassiniert. Ach, Mann, ich habe keine Ausdauer mehr. Teammates, wo seid ihr denn? Ja, gut, Silva hat sich da auf die Brücke positioniert, was eigentlich nicht schlecht ist. Wenn er mal schießen würde, was macht der denn? Hat der gepennt oder was? Ach, Jungs. Einer weg. Zweiter weg. Danke. Jetzt wende ich. Ah, ich kann nicht wenden. Ich habe hier den Ulti. Schnell wenden, wenden. Wende, als ob dein Leben davon abhängt, Bruder. Komm, jetzt haben wir sie. Komm, durch, durch, durch. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Komm, tack, tack, tack. No, Gott, please, no. Nein, nein. Da waren Stack-Files. Haben die gewonnen, deswegen. Nein, Alter. Bitter, Alter. So eine bittere Niederlage. So eine Scheiße, Alter. Zu dem Update bleibt mir auf jeden Fall zu sagen, das macht auf jeden Fall wieder mehr Spaß, jetzt Hood zu zocken. Ganz besonders die Schützencharaktere, weil die fühlen sich nicht mehr so an, als hätte man eine Oxygen-Tablette gefressen. Und das auf dem Bildschirm ist so langsam. Gefällt mir mega gut. Hood wird dadurch spielbarer. Jetzt warten wir noch auf das nächste Update. Ich denke mal, dann wird bald die Map plus der neue Charakter kommen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich sage dann jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.